Hallo und herzlich willkommen zum Selbstliebe-Kurs von Somatic Consent. Ich lade dich ganz herzlich in diesem Kurs ein, deine eigene Haut die Arbeit machen zu lassen, dich selbst zu erforschen und zu erfüllen. Also ich lade dich auf die Reise ein, tiefere Ebenen deines Gefühls kennenzulernen und dich sozusagen darauf einzulassen, deine Haut als Sinnesorgan zu benutzen und deine eigene Aktion für deinen eigenen Genuss zu verwenden. Dieser Kurs ist auch eine Vorbereitung auf das 3-Minuten-Spiel, dass du im folgenden Kurs Genuss und Spiel auf einer tieferen Ebene erfahren wirst. Nimm dir so viel Zeit in diesem Kurs, wie du brauchst und hab ein wenig Geduld mit dir, weil die Erfahrungen, die du in diesem Kurs bei Selbstliebe machst, dauern einige Zeit, bis die sich wirklich in deinem Nervensystem, in deiner Gefühlsebene widerspiegeln. Ich freue mich darauf, dich in einem der anderen Kurse oder irgendwo im Leben zu treffen und hab viel Spaß dabei, dich selbst zu lieben und anzunehmen. Anzune